Hallo Freunde der Superfizialunterhaltung. Heute gibt es mal wieder ein Fressvideo und zwar mit was gesundem. Cerealien. Nicht Spaß beiseite, es gibt Schokokomplex, also Cerealien nur im weitesten Sinne. Und zwar handelt es sich dabei um Dragon Ball Heroes. Schoko, Kringel, Kreise, schlaf mich tot. Und auch hier enthalten ist eine Karte aus der Serie Dragon Ball Heroes. Verzeih aus der Serie Dragon Ball. Wartet mal, ich mache mich mal Licht an, vielleicht könnt ihr es besser erkennen oder auch nicht. Ja oder nein, aber ja, aber nein. Aber vielleicht, ich weiß es nicht. Oh ja, sei es drum. Es sind vier Karten enthalten. Son Goku, Vegeta, Bardop, Son Goku, Super Saiyajin 3 und Vegetto, Super Saiyajin. Warte, ich versuche es euch noch mal ganz kurz zu zeigen. Son Goku, Vegeta, Bardop, nochmal Goku und Vegetto. Aber leider möchte mal wie gewohnt der Autofokus nicht. So, wie würde ich sagen, ohne lange Rede machen wir auf. Ich hoffe, ich habe, ich würde dir Vegetto wünschen. Den ganz rechts. Ich bin bloß am überlegen, ob er von euch aus rechts war oder nicht. Naja, ich zeige euch den nachher dann, wenn ich ihn habe. Aber erst mal, das hier ist eine Verhackung. Und verzeih mir bitte, wenn ich mal wieder ein wenig schnell mache. Aber ich merke hier gerade die Kamera. So, das hier ist einer der Schokokringel. Hier mache ich das Licht mal wieder aus. Nicht, dass es uns sehr verfälscht. Schokokringel. Schmeckt wie ein Schokokringel. Ja, sehr puffig, sehr kranig mit einem Hauch Schokolade. Ähm, mir persönlich fast ein bisschen zu süß. Okay, ich kippe jetzt eine Ladung Milch mit rein. Ja, und so sieht das Ganze jetzt aus. Wie gesagt, ich hoffe, ihr verzeiht mir diese Unprofessionalität heute. Aber, wie gesagt, Akku ist verdammt scheiße. Schokokringel mit Milch. Nicht schlecht, aber nichts, was ich öfter haben müsste. So, lange rede ich für das da sind. Okay. Es ist Koku. Aber, das war sowieso mein zweiter Favorit. Also, von nachher. So, ähm, ich werde jetzt mal weiter wampfen. Und ich werde jetzt mal wieder ausschalten. Ich sage, danke fürs Zusehen. Tut mir leid für die Hektik, aber, ähm, ich glaube, der Inhalt wurde, ähm, einfach kurz und knapp erklärt. Und ihr wisst, worum es geht. Und, äh, ja. Kann man sich auch in der billigeren Variante kaufen. In diesem Sinne, tschüss.